Wir gucken uns heute die normalen Formen einer Ebene an und wie man die aus der Parameterform erzeugen kann. Wir gehen dort mal rein und gucken uns jetzt also eine Ebene an in Parameterform. Sagen wir mal die Ebene wäre hier x-Vektor gleich minus 1,0,2 plus r mal 4,2,6 plus s mal minus 1,8 und 10. Okay, so das ist die Parameterform der Ebene. Jetzt gibt es eine andere Form und zwar die normalen Formen. Was ist jetzt die normalen Formen? Normale ist immer eine senkrechte und wenn wir uns jetzt also mal hier so eine Ebene ansehen, malen wir uns hier mal so eine Ebene hin, dann wissen wir, okay, wir haben jetzt hier irgendwo, zeigt hier so ein Vektor hin, den nennen wir mal x0 und der zeigt hier auf so einen Punkt in der Ebene und jetzt müssten wir noch zwei Richtungsvektoren, das sind ja hier, wenn ich den hier mal a nenne und den nenne ich b, das sind die beiden Richtungsvektoren der Ebene, dann sage ich mal, okay, ich nehme hier also einen Richtungsvektor, der hier irgendwie in der Ebene liegt, a und dann habe ich hier noch einen zweiten Vektor und durch diese beiden Vektoren wird hier eben irgendwie die Ebene aufgespannt. Okay, so das heißt, ich habe also meine beiden Richtungsvektoren und meinen Ortsvektor und jetzt kann ich aber einen Vektor wählen, der also auf diesen beiden Richtungsvektoren senkrecht steht. So einen kann ich wählen. Ja, der steht also auf a und auf b senkrecht. So, und den nenne ich einfach n, den normalen Vektor. Gut. So, wie kriege ich jetzt den normalen Vektor raus? Jetzt muss ich es natürlich so machen, ich brauche einen Vektor, der auf den beiden Richtungsvektoren a und b senkrecht steht. Wie kriege ich das hin? Und da kennen wir das Kreuzprodukt. Das Kreuzprodukt gibt uns ja einen Vektor, der eben auf zwei anderen Vektoren senkrecht steht. Das heißt, um den normalen Vektor auszurechnen, bräuchten wir jetzt das Kreuzprodukt aus unseren beiden Richtungsvektoren 4, 2, 6, kreuz, minus 1, 8, 10. So, wie wir das Kreuzprodukt berechnen, dazu habe ich auch ein Video gemacht und das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an, sondern eben wir führen es direkt aus. Ihr erinnert euch, man kann jetzt eben zur Hilfe nochmal eben die Vektoren so klein darunter schreiben. 4, 2, 6 und hier minus 1, 8, 10. Denn, was wir jetzt eben brauchen, wir kriegen ja hier einen Vektor raus. Und die erste Komponente dieses Vektors kriegen wir jetzt raus, indem wir hier 2 mal 10 und dann ziehen wir das hier ja wieder ab. Also 2 mal 10 minus 6 mal 8, das ist unsere erste Komponente. Also haben wir hier 20 minus 48 macht minus 28 für die erste Komponente. So, die zweite Komponente ist dann hier 6 mal minus 1 und dann minus 4 mal 10, also minus 6 minus 40. Also haben wir minus 46. Und die dritte Komponente ist dann hier logischerweise, wenn wir hier noch einen weitergehen, dann haben wir also die nächste Komponente ist hier jetzt 4 mal 8 minus minus 2 mal 1. Also 32 plus 2 macht 34. So, und jetzt könnten wir ausprobieren, ist denn dieser Vektor jetzt tatsächlich eben senkrecht auf unseren beiden Richtungsvektoren. Ja, und das werden wir jetzt mal bei einem Vektor hier jetzt ausprobieren. Wie macht man das? Naja, senkrecht ist, wenn das Skalarprodukt 0 ist. Das heißt also, wir nehmen mal hier einen Vektor raus und sagen, wir überprüfen mal, ob jetzt also unser normalen Vektor mal unserem A-Vektor, dem Richtungsvektor, wenn das hier gleich 0 ist, dann sind diese beiden Vektoren eben hier senkrecht. Das heißt, wir überprüfen mal, wir schreiben also hier minus 28 minus 46, 34 mal 4, 2, 6. So, und das müssen wir jetzt natürlich ausrechnen. Also haben wir hier 4 mal minus 28, gibt dann minus 112. Und dann haben wir hier 2 mal minus 46, gibt also minus 92. Und dann haben wir hier noch 6 mal 34, gibt 204. Und siehe da, tatsächlich ist das 0. Und wenn wir das jetzt mit dem anderen Vektor auch noch machen würden, dann würden wir sehen, jawohl, das funktioniert. Also haben wir jetzt tatsächlich hier gezeigt, dass dieser normalen Vektor, den wir ausgerechnet haben, mit unserem Kreuzprodukt senkrecht auf unseren beiden Richtungsvektoren von der Ebene steht. Naja, und dann können wir eben die normalen Formen ansetzen der Ebene, denn die normalen Formen der Ebene sieht so aus. Wir haben hier den normalen Vektor multipliziert mit dem x-Vektor und dann auf der anderen Seite den normalen Vektor mit einem bestimmten Punkt. So, und wir haben jetzt unseren normalen Vektor rausgehabt als minus 28, minus 46 und 34. Also, das heißt, wir tragen ein minus 28, minus 46 und 34 mal x-Vektor. Und auf der anderen Seite müssen wir dann das Skalarprodukt berechnen, also minus 28, minus 46 und 34 und dann mal einen beliebigen Punkt. Und den beliebigen Punkt, den hatten wir ja schon hier. Wir können also eben minus 102 nehmen, ja, der ja eben hier in der Ebene liegt. Also, minus 102 und dann können wir dieses Skalarprodukt natürlich ausrechnen. Also steht hier 28 und dann eben, also plus 0 und dann plus 68. Und das sind logischerweise 96. Das heißt, wir kriegen für unsere normalen Form unserer Ebene, die wir vorher in Parameterform hatten, bekommen wir jetzt hier, also unsere Ebene ist dann minus 28, minus 46, 34, x-Vektor gleich 96. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns im nächsten Video.